...eine Erfahrung kopieren und 2-1 sagen, aber ich würde auch ein 2-1 sagen, ohne dass ich jetzt Tobis einen Tipp hätte. Und das Spiel hat schon angefangen, vielleicht noch schnell deinen Tipp. Ich sage 1-0. 1-0! 13 Sekunden! Der Ifiani Fleffio bringt uns nach 13 Sekunden in die Führung und wir sind immer noch am Resultat tippen! Unglaublich! Also wir müssen den Tipp noch korrigieren vielleicht! Nein, nein, nein! Ja, aber hoch! Was ist das für ein Start? Jungs, 1-0 nach 12 oder 13 Sekunden, bis hinten aber Resultat tippen! Und die Ifiani Matthew! Spieler, der Males, Males spielt raus. Das Planzparade nach dem Schuss von Sedi Yanko, von der halbrechten Position, taucht Janik Brecher ab. Und dann... Aus 30 Metern wird vom Ball trennt und dann jetzt Konter 2 gegen 1. Über die linke Seite Okita... Ivana Okita am 16er macht es allein. Und es hat aber mittlerweile sicher 3, die noch mitgelaufen wären. Schade, hat er da jetzt ein bisschen egoistisch gehandelt, aber es läuft sofort der Gegenangriff. Also beide machen... Unsicherung ist sicher erkennbar, aber ich bin sehr zufrieden. Wir führen 1-0. Wir haben jetzt wieder eine grosse Chance gehabt. Deshalb, was er nochmal... Wir haben die Oberhand, wir führen 1-0. Ich bin sicher zufrieden. Ja, und es ist alles. Ganz ein Mann. Ja... ...Gonze Sau hat... ... Richtung 16er, er schiebt den Ball in 16er. Aber dort ist der Catic, und von hinten Hatscham. Und... ... eine Gewaltparade wieder einmal von Janik Brecher. Ich weiss nicht, war er da noch dran? Oder... ...wohl er ist... 1-0. Mit 1-0 gegen IB. Wischlentelieder. Ein zweites Mal bei uns im letzten Rund nach dem 3-1. Im letzten Herbst ist es jetzt das 1-0 durch den Ifyani-Match.